Ich heisse Tamara Weber und bin 38 Jahre alt. Ich war kurzsichtig, also habe ich die Weite nicht gut gesehen. Auf einer Seite war es ein zweidiobedrehen und auf der anderen eineinhalb. Ich bin schon seit über 15 Jahren darüber nachgedenken, mich in den Augen zu lasern. Ich hatte zuerst die Brillen. Dadurch, dass ich immer die Brillen mit Flügeln benutzen musste, habe ich viel Kopf weggekriegt. Dann bin ich mit Linse übergestiegen. Die letzten zwei, drei Jahre habe ich die Linse auch nicht mehr verdreht. Ich hatte nicht mehr entzündete Augen. Dann musste ich für mich persönlich eine Lösung her. Was ist der Eingriff? Den Eingriff selber? Ich muss sagen, den Tag vorher war ich noch ganz gelassen. Eine Stunde vor, als ich hier im Wartesaal gesessen bin, hat mein Herz schon angefangen zu pöpperlen. Dann ging man mich abholen und begleitet mich zum OP-Saal. Ich hatte schon gewisse Ängste, aber die wurden mir vom ganzen Team super genommen. Jeder Schritt wurde begleitet, indem man mir genau gesagt hat, Schritt für Schritt, was genau passiert. Und somit konnte ich mich gut fallen lassen. Ein Tag danach vom Eingriff hatte ich den ersten Kontrolltermin. Da habe ich schon super gesehen. Ab dem Moment, als ich die Augen wieder öffnen konnte. Das wurde mir bei der Kontrolle bestätigt, dass ich schon 120% Sehkraft erreicht habe. Was war das für mich? Was war das für mich? Also für mich hat ab sofort, ab dem Moment, als ich meine Augen zum ersten Mal wieder öffnen konnte und ich wieder die Umwelt so voll schärfend wahrnehmen durfte, war das natürlich ein extrem schönes Gefühl gewesen. Und bis heute natürlich. Und es ist unheimlich toll, die Freiheit am Morgen ausstehen können und ohne jetzt zum ersten Mal die Brillen zu suchen oder die Linsen rein zu tun. Ja, also von dem her, super Lebensqualität, wie sich das verändert hat. Ja, definitiv. Ich würde ein Leser immer wieder weiterempfehlen. Ich würde auch den Eingriff immer wieder quasi wieder Ja dazu sagen. Weil für mich hat es einfach super gelohnt. Und warum ich ein Leser empfehlen würde, ist, das ganze Team ist extrem kompetent. Sie sind immer für mich da gewesen, auch ausserhalb der Randzeiten, wo ich Fragen hatte. Ich konnte immer meine Ängste, Bedürfnisse oder was passiert jetzt, was werde ich wann und ist das normal. All die Sachen, die ich auf meinem Herzen hatte, haben sie immer gut abgefangen, dass ich einfach ein gutes Gefühl hatte. Danke Whirland